Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Ja, wir haben etwas Schwierigkeiten mit unserem Videosystem heute. Das macht aber gar nichts. Das macht gar nichts. Wir sind heute das letzte Mal in unserer Serie. Gott in mir. Gott in dir. Und es geht um den Geist Gottes, den Heiligen Geist. Und heute sind wir bei einem Thema, was mich mega, mega begeistert. Die Bühne schon dekoriert mit Dingen, die damit was zu tun haben mit unserem Thema. Und ich möchte dich mit hineinnehmen. Ich spule mal 13 Jahre zurück. 14, nein, 14 Jahre zurück. Dort waren wir in dem Entschluss, meine Frau Bettina und ich, wir wollen eine Kirche gründen in Freiburg. Und wir sind dazu nach Zürich gereist einige Monate und hatten dort eine Zeit, wo wir inspiriert wurden, wo wir angeregt wurden, zu visionieren, auf Gott zu hören, zu träumen, was er ganz konkret mit uns, mit dieser Kirche ICF Freiburg vorhat. Was hat Gott für einen ganz konkreten Willen für unsere Kirche? Es kam uns ein Bibeltext aus Hesekiel 47. Der Fluss, der aus dem Tempel kam. Dann führte mich der Mann noch einmal zum Eingang des Tempelgebäudes, der nach Osten lag. Dort entdeckte ich, dass Wasser unter der Schwelle hervorquoll. Erst floss es ein Stück an der Vorderseite des Tempels entlang. Wir folgten dem Wasserlauf in östliche Richtung. Nachdem der Mann mit einer Messlatte 500 Meter ausgemessen hatte, ließ er mich an dieser Stelle durch das Wasser gehen. Es war bloß knöcheltief. Wieder maß er 500 Meter aus und jetzt reicht es mir schon bis an die Knie. Nach weiteren 500 Metern stand ich bis zur Hüfte im Wasser. Ein letztes Mal folgte ich dem Mann 500 Meter und nun war das Wasser zu einem tiefen Fluss geworden, durch den ich nicht mehr gehen konnte. Man konnte nur noch hindurch schwimmen. Der Mann fragte mich, hast du das gesehen, Mensch? Dann brachte er mich wieder zurück ans Ufer. Ich sah, dass auf beiden Seiten des Flusses sehr viele Bäume standen. Der Mann sagte zu mir, überall, wohin der Fluss kommt, das schenkt er Leben. Ja, durch ihn wird das Wasser des Totenmeeres gesund, sodass es darin von Tieren wimmelt. Am Ufer des Meeres leben dann Fische. Fische aller Art wird es wieder dort geben, so zahlreich wie im Mittelmeer. An beiden Ufern des Flusses wachsen alle Arten von Obstbäumen. Ihre Blätter verwelken nie und sie tragen immerfort reiche Frucht. Denn der Fluss, der ihren Wurzeln Wasser gibt, kommt aus dem Heiligtum. Monat für Monat bringen sie neue, wohlschmeckende Früchte hervor und ihre Blätter dienen den Menschen als Heilmittel. Das ist Gottes Wunsch. Das ist Gottes Verheißung, Gottes Versprechen für Kirche und ganz besonders für unsere Kirche ICF Freiburg. Und heute geht es um das Thema, ein Gott, der uns tauft, der Heilige Geist. Es ist vielleicht das umstrittenste Thema der ganzen Kirchengeschichte. Deswegen, ich bin Theologe und ich liebe es in die Bibel reinzuschauen heute. Was sagt uns die Bibel dazu? Und es wird, glaube ich, für jeden von uns aufschlussreich und sehr erlebnisreich gleichzeitig. Was ist das eigentlich, dieses Thema Geistestauf? Ist das nicht etwas nur für Charismatiker? Wie ist dieses charismatische Denken eigentlich in diese Kirchengeschichte eingezogen? Diese Charismatisierung unseres Glaubens? Es begann so richtig handgreiflich, richtig konkret erlebnisreich vor circa 100 Jahren. Es war zu der Zeit an der letzten Jahrhundertschwelle zum Jahr 1.1.1900. Dort kam der Kaiser, der Papst Leo XIII. kam auf die Idee, lasst uns die ganzen Kirchen weltweit erfrischen. Jawohl, es kam aus der katholischen Kirche. Und so schrieb er an alle seine Mitarbeiter in der ganzen katholischen Kirche, lasst uns eine neuntägige Novene machen. Eine Novene ist etwas, was neun Tage passiert in der Zeit zwischen Himmelfahrt und Pfingsten, wo die Jünger auch, die 120 Leute, die Nachfolger von Jesus, 120 in dem Obergemach steht in der Bibel, gewartet haben auf die Erfüllung, auf die Kraft des Heiligen Geistes. Und so sagte der Papst, lasst uns das noch einmal tun. Lasst uns neun Tage in der ganzen Welt um eine Erfrischung, um ein neues Lebendigwerden in unserer Kirche, um den Heiligen Geist ringen und bitten und flehen. Und so haben sie das getan, neun Tage lang. Und nach diesen neun Tagen, es war genau am 1.1.1900, war in der ganzen Welt, es fing hier an, es fing dort an, überall in LA, habe ich hier einen Zeitungsausschnitt, eine Riesenerweckung. Es stand täglich in der Zeitung, Wunder über Wunder, dass der Geist die Leute ausgestattet, ausgerüstet hatte mit Gaben, mit Kraft und Leute wurden geheilt und es war eine Erweckung, wie es selten in der Kirchengeschichte gegeben hat. So fing es an. Wir sind Erben wieder von und in den letzten 100 Jahren sind allein 800 Millionen Menschen Christen geworden, von insgesamt circa 2,3 Milliarden, die man sagt. 800 Millionen allein in den letzten 100 Jahren. So ist das Ganze entstanden, das Meer vom Geist Gottes in die Kirchen, in dein und mein Christenleben wie eingezogen ist. Es entstand dadurch schon damals, als die Leute gewartet haben zur Zeit von Jesus. Er war nicht mehr da und Jesus hat den Leuten gesagt, wartet, 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 bis ihr mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt werdet. Jesus hat ihnen das so, so eindringlich gesagt. Wartet, es ist wichtig und heute geht es um dieses Thema. Was hat das mit dem Begriff Taufe zu tun? Und ich möchte gerne dich mitnehmen auf eine Reise, was in der Bibel steht. Aber bevor ich darüber anfange zu lehren, möchte ich gerne beten. Heiliger Geist, wir wollen dich erleben. Es geht viel mehr um dich persönlich als um Gaben oder Kraft. Du bist derjenige, der uns heute erfrischen möchte, beleben möchte, mit Kraft ausrüsten möchte. Ich öffne mich für das, was du jetzt tun möchtest, Heiliger Geist. Amen. Amen. Wer ist es denn eigentlich, der tauft? Wie sieht das dann aus? Wer tauft eigentlich in der Bibel? Und ich möchte dir von drei verschiedenen Taufen berichten, wie sie in der Bibel stehen. Ich habe dir hier wieder unsere Tafel mitgebracht, die wir jeden Sonntag haben. Drei verschiedene Taufen. Als erstes tauft der Heilige Geist. Der Heilige Geist tauft dich in Jesus. Der Geist tauft dich in Jesus. Ich lese dir den passenden Bibeltext dazu vor. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib, der Leib ist Jesus, getauft. Du und ich sind in dem Moment, als du dich für ein Leben mit Jesus entschieden hast, wo du gesagt hast, ich glaube, dass Jesus für mich gestorben ist. Ich lege mein Leben in Gottes Hand. In diesem Moment kannst du dich nicht nur für einen Jesus entscheiden, sondern Gott kann man nicht dreiteilen. Ja, in dem Moment ist Gott der Vater, der Sohn Jesus und der Geist in dich reingekommen. Du lebst mit ihm. Und in dem Moment, als du dich für Jesus entschieden hast, hat dich der Geist in Jesus, in den Leib von Jesus getauft. Eine andere Bibelstelle dazu, denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, hat euch zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber lieber Vater, Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Kinder Gottes sind. Du hast die absolute Gewissheit, egal was du gestern getan hast und morgen noch tun wirst. Ich bin ein Kind Gottes. Und das ist die sogenannte erste Taufe, denn der Geist dich in den Leib Jesu. Du und ich, wir gehören alle zu dem Körper von Jesus dazu. Die erste Taufe ist die Gewissheit und dazu ist der Geist Gottes für zuständig. Die zweite Taufe ist das, was vielleicht am geläufigsten ist, wo du vielleicht schon mal dabei warst. Die Bibel sagt oder Jesus sagt, die Jünger taufen in Wasser. Logisch, ne? Wir sind vielleicht mal dabei gewesen. Und auch wir, wir taufen auch Menschen in oder mit Wasser. Warum? Wieso? Weil Jesus es gesagt hat, geht hinaus in die ganze Welt, ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wassertaufe ist ein Zeichen und es ist doch auch mehr als ein Zeichen. Die zweite Taufe brauchst du nicht, um gerettet zu werden, um später in Ewigkeit mit Gott zusammen zu sein. Die erste Taufe genügt. Die Entscheidung für Jesus genügt. Aber der Typ, der am Kreuz mit Jesus daneben gehangen hat, der hat nicht gesagt, ich habe mich jetzt für dich entschieden, jetzt mach doch schnell die Nägel raus. Mach die, ich bin ja nicht getauft, bevor ich sterbe. Tauf mich noch. Nein, war nicht nötig. Und trotzdem ist es so etwas Wichtiges, dass jeder, der sich zu Jesus bekennt, diese zweite Taufe unbedingt in Anspruch nimmt. Es ist ein Zeichen und viel mehr als ein Zeichen. Denn es ist eine Entscheidung in der unsichtbaren Welt. Du sagst, mein altes Leben ist vorbei. Ich tauche es unter. Mein Leben als verlorener Mensch nicht mit Gott in Gemeinschaft ist vorbei. Jetzt bin ich ein neuer Mensch. Und das bekenne ich. Und das hat Auswirkungen, diese natürlichen Schritte untergetaucht zu werden, hat eine enorme Auswirkung. Unterschätze nie, nie das. Es war früher in der Kirchengeschichte so normal, wie sich nach dem Arbeiten die Hände waschen. So hat man sich für ein Leben mit Jesus entschieden und hat sich dann taufen lassen. Deswegen, wenn du noch nicht getauft wirst oder als kleines Kind und du hattest damit selber nichts zu tun, lass dich bewusst taufen. Das ist das, was die Bibel berichtet. Und jetzt komme ich zu der dritten Taufe. Und es ist wie eine göttliche Ordnung. Die erste Taufe, wo der Heilige Geist dich in den Leib Jesu tauft. Die zweite Taufe in Wasser, wo Menschen dich in Wasser taufen. Die dritte Taufe, es ist die göttliche Ordnung. Nicht etwas, wo du mitunter Druck gesetzt, was man einhalten muss, sondern es ist der Weg, wie Gott dich führt, in immer mehr Freiheit. Und die dritte Taufe, man kann auch sagen Geistestaufe. Wer tauft hier? Es ist Jesus. Und Jesus tauft dich in oder mit dem Heiligen Geist. Das ist die umschrittenste Taufe. Ich habe extra hinten meine Hintertür offen gelassen. Wenn ihr gleich die Steine rausholt, ich bin dann schnell mal eben kurz weg. Wie komme ich da drauf? Es gibt in dieser, diese sogenannte Taufe, ist etwas, ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber es gibt insgesamt nur fünf Dinge, die in allen vier Evangelien drin sind. Wo Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, alle von berichten, ist Jesus seine Geburt, sein Tod und seine Auferstehung. Das ist das Evangelium. Dann ist in jedem der vier Evangelien noch drin die Speisung der 5000. Als das, was Gott uns unbedingt mitgeben will, dass er unser Versorger ist. Das fünfte ist die sogenannte Geistestaufe. In allen vier Evangelien. Es ist kein Zufall, meiner Meinung nach, weil es in Gottes Augen etwas sehr, sehr Wichtiges ist. Johannes der Täufer sagt zum Beispiel in Matthäus 3, wer umkehrt zu Gott, den taufe ich mit Wasser. Der aber, der nach mir kommen wird, und damit meint er Jesus, ist viel mächtiger als ich. Ich bin nicht mal würdig, ihm die Schuhe hinterher zu tragen. Er, nämlich Jesus, wird euch mit oder in dem Heiligen Geist und mit Feuertaufen. Jesus wird euch in oder mit dem Heiligen Geist taufen. Was ist das? Was passiert da genau? Es gibt viele Menschen, die sind der Meinung, sie vertreten das sogar offiziell öffentlich, dass diese Taufe Nummer eins und Nummer drei dieselbe ist. Ja, du entscheidest dich für ein Leben für Jesus. Der Geist kommt rein, ist drin und ist drin. Ist einfach so. Es ist aber schon allein deswegen nicht möglich, dass es das ein und dasselbe ist, weil wir sind ja nicht doof. Wir können Deutsch und wir können Grammatik. Es sind zwei verschiedene Subjekte. Bei der ersten Taufe ist es der Geist, der dich tauft in den Leib Jesu und in der dritten Taufe ist es Jesus, der dich tauft mit dem Heiligen Geist. Es sind zwei ganz unterschiedliche Taufen. Es ist nicht dasselbe. Und die zweite verbreitete Meinung ist, mit dieser Geistestaufe oder noch so als Folge so Leute in anderen Sprachen und viel übernatürlich Kraft, das gab es damals in der Apostelgeschichte. Danach ist das nicht mehr passiert. Das war nur Pfingsten bei diesen 120 Jüngern. Falsch. Auch das ist eine Meinung, die nicht stimmt. Es ist allein in dieser Apostelgeschichte, in diesen Briefen so gewesen, dass diese sogenannte Geistestaufe, wo Jesus die Leute getauft hat mit dem Geist, immer wieder, immer wieder, Jahre später, nach und nach, immer wieder passiert ist. Zum Beispiel Apostelgeschichte 8 steht, dass Menschen getauft wurden in und mit dem Heiligen Geist. Es war fünf Jahre nach Jesu Himmelfahrt. Dann wieder in Apostelgeschichte 10, das war zehn Jahre später nach Himmelfahrt. Und in Apostelgeschichte 19 lese ich jetzt ein paar Sätze vor. Es war 25 Jahre, nachdem Jesus auf der Erde war, wo die Menschen mit dem Geist getauft wurden. Es war so, als Paulus nach Ephesus kamen. Und da traf er eine Gruppe von Christen und fragte, na, wie geht's? Alles klar? Seid ihr auch mit dem Geist getauft? Hä? Ja, ihr seid doch getauft. Ja, klar, im Wasser. Ja, was ist Geist? Die hatten keine Ahnung, was der Geist Gottes sein soll. Und dann sagt Paulus, die Taufe des Johannes war eine Taufe der Umkehr zu Gott. Das habt ihr verstanden. Nummer zwei hat er ihnen wahrscheinlich erklärt, habt ihr gemacht. Aber das Eigentliche ist, dass Paulus ihnen danach die Hände auflegte, kam der Heilige Geist über sie. Und sie redeten in anderen Sprachen und weissagten. Paulus legte ihnen die Hände auf und betete für sie. Und er betete sinngemäß, Jesus, erfüll sie, erfrische sie, gib ihnen die Kraft der Gegenwart des Heiligen Geistes. Und so fingen sie an, in fremden Sprachen zu reden. Sie konnten prophetisch hören. Das war dann die Folge davon. Wie kannst du jetzt feststellen, ob du diese Taufe erlebt hast? Das kannst du vielleicht beantworten. Das Datum kennst du vielleicht sogar noch, wann du ins Wasser gesprungen bist. Vielleicht kannst du dich sogar noch an den Moment erinnern, als du das erste Mal gesagt hast, ich entscheide mich für Jesus. Aber das hier ist nicht nur umstritten, sondern oft auch schwierig zu erkennen, was ist das Zeichen davon, dass wir im Geist Gottes getauft sind. Viele sagen, es ist, wenn du in Zungen reden kannst, wenn du in anderen Sprachen sprechen kannst. Das ist das Zeichen, dass du im Geist Gottes getauft bist. Man kann die Meinung stehen lassen. Manche sagen, es ist deswegen ein Zeichen davon, weil du eins verstanden hast. Du kannst loslassen. Du hast es verstanden loszulassen, weil auch in Jakobus steht in der Bibel, die Zunge. Ja, Menschen haben verstanden, wilde Tiere zu zähmen. Aber die Zunge kriegen die Menschen nicht unter Kontrolle. Sie wissen nicht, wie sie die Zunge zähmen sollen. Und wenn du an anderen Sprachen sprichst, ist es wie ein Zeichen dafür, dass du verstanden hast, etwas aufzugeben. Vor allem dein Stolz. Dein Stolz, alles unter Kontrolle zu haben. Mein Wissen, ich weiß, was ich rede, ich habe es vorbereitet, aufgeschrieben und das sage ich. Wenn ich irgendwas rede, was ich nicht unter Kontrolle habe, in Zungen rede oder bete, ist wie ein Abgeben von Stolz oder von Angst. Es könnte ein Zeichen sein. Ich sage aber, nein. Es ist ein Zeichen, aber nicht das Zeichen. Was ist das Zeichen einer Taufe im Heiligen Geist? Ich komme zurück auf Jesus. Ich möchte, dass Jesus diese Frage beantwortet. Ihr werdet den Heiligen Geist empfangen, sagt Jesus. Ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und überall auf der Erde. Was ist das Zeichen? Das Zeichen ist Kraft. Kraft wozu? Um ein Zeugnis zu sein hiervon. Du wirst Kraft bekommen, um das den Menschen zu vermitteln, zu verkündigen, davon zu erzählen, mit all deinen Fähigkeiten, die du hast, hiervon ein Zeugnis zu sein. Ein lebendiger Brief, ein Erlebnisbericht von dem, was Jesus getan hat. Das ist das einzige und wichtigste, wirklich wichtigste in der Weltgeschichte, dass Jesus gestorben ist, den Tod besiegt hat, auferstanden ist. Dazu wirst du Kraft bekommen. Du wirst Kraft bekommen, um ein Segen zu sein für andere, um Menschen aus der Gewalt des Teufels zu befreien. Das ist die Kraft. Du wirst Kraft bekommen und das ist das Zeichen für die Taufe in oder mit dem Heiligen Geist. Willst du wissen, wie es bei den Jüngern war? Nach dieser Novene, neun Tage warten im ersten OG in diesem Schuppen, weil ihr Herr und Meister Jesus nicht mehr da war und er ihnen gesagt hatte, wartet, wartet, bis ihr mit Kraft erfüllt werdet. Sie hatten panische Angst. Weißt du, wie es bei ihnen war? Es war bei ihnen nicht viel anders als bei Jesus. Sie hatten einen harten Preis dafür zahlen müssen, für ihr Leben, ihre Nachfolge von Jesus. Nicht nur von der römischen Regierung waren sie verhasst, sondern auch von den jüdisch-religiösen Führern. Sie wurden nicht nur aus der Synagoge ausgeschlossen, sondern aus vielen Familien wurden sie rausgeschmissen. Sie hatten Angst und waren alleine und haben nicht nur auf die Kraft gewartet, sondern dazu haben sie sich vorsichtshalber sogar eingeschlossen in diesem Obergemach und hatten Angst, dass sie genau wie ihr Herr und Meister, dass es ihnen an den Kragen geht. Als dann Pfingsten kamen und sie in oder mit dem Geist getauft wurden und sie dann die Tür aufmachten und rausgingen und mit Kraft erfüllt waren, war ihre Angst weg. Ihre Angst war weg und sie haben die ganze Welt verändert. Sie haben erzählt von ihrem Jesus. Sie hatten Kraft, um ein Zeugnis zu sein von dem, was Jesus in ihrem Leben gemacht hat. Und sie haben die ganze Welt rumgekrempelt. Es kamen allein an diesem Tag 3000 Menschen dazu, die gesagt haben, ey, den Jesus will ich auch in meinem Leben haben. Als sie diese Kraft bekamen, um ein Zeugnis zu sein, sie begannen rauszurennen und ein Zeugnis zu sein von Hoffnung und Freude für verzweifelte und verängstigte Menschen, die es auch heute und damals gab. Was ging in ihrem Kopf vor, als sie diese Tür aufmachten, im Geist getauft rausgingen? Sie hatten zwei Sachen, glaube ich, zutiefst immer vor Augen. Einmal, dass ihr Herr und Meister ihnen gesagt hat, wartet auf die Kraft. Und sie hatten immer noch im Kopf, als er gesagt hatte, dann werdet ihr größere Dinge tun als ich. Denn ich werde gehen und der Heilige Geist wird auf euch kommen. Das hat er ihnen verheißen. Ihr werdet Größeres tun als ich, weil ich zum Vater gehe und euch den Geist sende. Und als sie die Tür aufmachten, haben sie wahrscheinlich dieses im Hinterkopf gesagt, was werden wir jetzt Größeres tun? Der Geist ist da. Was geht jetzt ab? Werde ich mehr Menschen heilen als Jesus? Werde ich Menschen retten noch mehr als Jesus? Nein. Es gibt nur einen Retter. Das ist Jesus. Es gibt nur einen Heiler. Das ist Jesus. Und das hat er auch die und mir nicht übertragen. Was ist es dann, was wir Größeres tun können, was Jesus nicht tun konnte? Jesus konnte eins nicht. Er konnte sich nicht vor eine Menschenmenge stellen und sagen, einst war ich Drogendealer. Heute bin ich Leiter eines Gebetsteams. Früher war ich abhängig von Drogen, von Egoismus, von Alkohol. Heute bin ich frei und ein liebevoller Vater einer Familie. Jesus konnte nichts sagen. Ich war gefangen in so viel Sünde. Die Gier nach Sex prägte mein Leben. Heute bin ich treu einer einzigen Frau, die ich liebe. All das konnte Jesus nicht. Aber du und ich können davon berichten, was Jesus in unserem Leben getan hat. Und das ist das Einzige, das Wichtigste, was zählt. Und das ist das, wozu Jesus dich mit Kraft ausrüsten will, damit du ein Zeugnis von dem bist, was er in deinem Leben getan hat. Wovon er dich befreit hat. Was untergetaucht ist, weg ist, was ersäuft ist. Und dass er Neues in dein Leben reingetan hat. Das ist das, was wir tun können. Und Jesus nicht. Gott hat nicht die Engel dazu auserwählt, um das Evangelium von Jesus zu verkünden. Nein, er hat dich auserwählt. Und Gott will es nicht ohne dich tun. Und wir können es nicht ohne die Kraft des Heiligen Geistes tun. Gott will nicht das Evangelium von Jesus ohne dich verkündigen. Und wir können es nicht ohne ihn. Halt das Feste und streck dich aus nach dieser Taufe in oder mit dem Heiligen Geist. Und wenn du jetzt denkst, ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher. Ich bin noch gar nicht so lange Christ. Und wenn du wüsstest, was ich letzte Woche alles gemacht habe. Ich weiß nicht, ob ich dafür qualifiziert bin. Das ist doch was für die wirklich, wirklich heiligen Charismatiker, die sich jeden Tag auf Knien danach ausstrecken. Ich sage nein. Jesus ist nicht an deiner Vergangenheit interessiert. In dem Moment, wie du sagst, Jesus, vergib mir. Ich bereue mein Leben. Ich will neu anfangen. Ab dem Moment bist du würdig, in und mit der Kraft des Geistes getauft zu werden. Und das ist der Moment, wo du sagst, ich tue Buße. Ich will dein Kind sein. Das ist der Moment, wo der Unterschied passieren kann. Es kann am selben Tag passieren, dass der Geist nicht nur als Gegenwart in dir drin ist, sondern dass die Kraft seiner Gegenwart nicht nur in dir ist. Der Geist ist in dir vom ersten Tag an. Für dich. Er ist in dir, für dich. Dass immer, wenn du Stress hast und Angst hast, du weißt, wo du den Geist Gottes findest. Er ist in dir. Er kann dir Frieden geben, Ruhe geben, weil du ein Kind Gottes bist. Und der Unterschied ist, der Geist ist nicht nur in dir, sondern auch auf dir für andere. Und das ist der Unterschied zu der Taufe im Geist. Er ist in dir für dich und auf dir für Menschen um dich herum. Und das ist das, was ich jedem heute, jedem heute, dass du heute weißt, ich will und ich werde und bin von Jesus in dem Geist getauft. Wie kann das gehen? Ganz praktisch, wie kann das gehen, in und mit dem Geist getauft zu werden? Es ist kein Hokus-Pokus. Es ist nichts mystisch Abgefahrenes. Es ist in der Bibel ganz oft, ganz praktisch und einfach passiert. Eins habe ich dir gerade erzählt von dem Paulus. In dieser Gruppe von Christen, wie? Ihr habt den Geist nicht so richtig in Kraft? Er hat ihnen die Hände aufgelegt. Und so war es schon bei den ersten Menschen in der Bibel, selbst bei Mose. Er hat Joshua, seinem Nachfolger, die Hände aufgelegt und es steht wortwörtlich, Joshua war erfüllt mit dem Geist der Weisheit, denn Mose hatte seine Hände auf ihn gelegt. Es ist ein symbolisches Zeichen, dass man dir etwas gibt, was man hat. Es ist mehr als ein Symbol, weil es ist etwas, was ein anderer hat und dir überträgt und auf dich legt. Es ist etwas, was immer wieder in Kirchen gemacht wird, wenn man füreinander betet. Und ist es nicht sogar so, dass jeder Moment, wo du mehr oder tiefer oder reicher oder erfüllter mit Gott irgendwas erlebst, dass irgendein Mensch daran beteiligt war? Ist es nicht wie oft, dass ein Mensch dich mitgenommen hat auf diese Reise, dich an die Hand genommen hat, für dich gebetet hat oder irgendetwas? Es ist selten ein heiliger, alleiniger Moment im Kloster mit deinem Jesus, sondern es sind wie oft, weil Jesus es extra so gemacht hat, dass Menschen daran beteiligt sind. Und das ist das Geschenk einer Gemeinschaft, einer Kirche, wo wir uns gegenseitig helfen und etwas mitgeben, was du schon hast und ich noch nicht. Und das werden wir heute hier und jetzt erleben. Und ich möchte, wenn du dich dafür geöffnet hast in der letzten Zeit, dass du heute die Entscheidung triffst, ich werde zu meinem Kleingruppenleiter hingehen. Wenn du noch keine Kleingruppe, kein Team, keine Group hast, such dir unbedingt ein Team. Geh zu deinem Leiter, geh zu unserem Gebetstreffen donnerstags, geh zu einem Leiter und sage, bitte bete für mich. Gib mir von dem, was du schon hast. Bete für mich, dass ich im Geist getauft bin, dass ich Kraft habe, um ein Zeugnis zu sein. Ich frage dich, möchtest du dich heute dafür öffnen? Gott möchte nicht die Welt mit Jesus erfüllen, ohne dich. Gott möchte dich und mich dazu gebrauchen. Und ich kann es nicht ohne Gott. Ich brauche die Kraft des Heiligen Geistes, um noch wirkungsvoller ein Zeugnis zu sein für Jesus. Ich möchte noch einmal dieses Bild, was ein Versprechen ist für dich und für mich, dieses Bild, was ein Versprechen ist für uns als Kirche, noch einmal hören. Und achte einmal darauf, dieser Hezekiel, der diese Vision bekommen hat, wird an die Hand genommen. Hezekiel wird an die Hand genommen von einem Mann. Dieser Mann ist Jesus. Dieser Jesus, der Hezekiel, tauft in und mit dem Heiligen Geist. Dieser Hezekiel stand nicht einfach nur da und hat gesagt, gib mir mehr von dem, überrasch mich, lass das Wasser durch mich durchfluten mit Kraft und so weiter. Nein, er hat aktiv Schritte gehen müssen. Er hat gesagt, ich öffne mich dafür, für das, was du mit mir machst, Jesus. Und Jesus hat ihn an die Hand genommen und er musste Schritte mutig gehen. Zuerst nur knöcheltief, dann knietief und immer weiter. Das ist etwas, ein Bild, was Gott uns gegeben hat in Ezekiel 47, was er mit jedem Menschen vorhat. Nur, und jetzt kommt der Punkt, viele, viele, viele Christen gehen diesen Weg nicht. Sie entscheiden sich für ein Leben mit Jesus und Gott und bleiben oftmals da stehen. Sie gehen vielleicht nur Schritt zwei und lassen sich taufen, aber wirklich darum ringen, dass ich mit dem Geist so richtig, nicht nur Gegenwart, sondern auch Kraft, diesen Weg zu gehen, bis dass ich nur noch schwimmen kann, damit Heilung und Früchte und Fische, diesen Weg gehen viele nicht. Und ich bitte dich, entscheide dich heute dazu. Ja, diese Taufe ist ein Beginn, ein einmaliges Event, wo etwas anfängt, wo jemand für dich betet, wo jemand dir die Hand auflegt und danach beginnt eine Reise. Diese Taufe im Geist ist ein Gehen, ein Handgenommenwerden von Jesus, um immer tiefer in die Kraft zu kommen, um ein Zeuge zu sein. Ich frage dich noch einmal, möchtest du dich dafür öffnen? Lass uns noch einmal diesem Versprechen für dich lauschen. Ein letztes Mal folgte ich dem Mann 500 Meter und nun war das Wasser zu einem tiefen Fluss geworden, durch den ich nicht mehr gehen konnte. Man konnte nur noch hindurch schwimmen. Überall, wohin der Fluss kommt, das schenkt er Leben. An beiden Ufern des Flusses wachsen alle Arten von Obstbäumen und sie tragen reiche Frucht. Denn der Fluss, der ihren Wurzeln Wasser gibt, kommt aus dem Heiligtum. Monat für Monat bringen sie neue, wohlschmeckende Früchte hervor und ihre Blätter dienen den Menschen als Heilmittel. Der Fluss kommt aus dem Heiligtum. Es kommt aus der Kirche, wo Jesus im Zentrum ist. Aus dieser Kirche hier kommt Heilung heraus. Und wo der Fluss hinkommt, wird etwas passieren. Es geschieht etwas. Es wird beschrieben, dass der Fluss ins Tote Meer kommt. Dort ist kein Tier drin, aber wenn der Fluss da reinkommt, wird es dort von Fischen wimmeln. Weißt du, wofür Fische ein Zeichen sind in der Bibel? Für Auferstehung. Fische sind ein Zeichen für das Auferstehungsleben. Wie diese österliche Fischzug von Petrus an Ostern, wo er 153 Fische oder Jonah aus dem Bauch, nach drei Tagen aus dem Bauch von einem Fisch, immer für Auferstehung für neues Leben. Wo dieser Strom hinkommt, ist neues Leben. Und es ist so, dass Jesus dich jetzt hier und heute an die Hand nehmen möchte. Bist du bereit dazu, dass das aus dieser Kirche durch Jesus mit dir passiert? Ich sage noch einmal, es ist ein Versprechen, was Gott uns gegeben hat. Und ich vermute, es gibt nicht sonderlich mega viele Menschen, die diese Reise mutig und gerne antreten. Weil es ist etwas, was wie über meinen Stolz manchmal hinausgeht. Über meine Angst, was wird dann passieren? Bin ich dann nicht mehr ich selber? Ich sage dir eins, es ist Jesus, der dich an die Hand nimmt. Nicht irgendjemand komisches. Hier ist das Subjekt Jesus. Nicht irgendein Jünger, irgendein Mensch, sondern der Jesus, den du kennst. Lässt du dich auf das ein, womit er dich hineinnehmen möchte? Ich bitte dich, öffne dich. Ich weiß, ich spüre das, dass hier viele Menschen sind, die so einen Hunger danach haben, nach mehr von Gott. Mein Eindruck war, dass in dieser Kirche viele in den letzten Wochen hier sitzen und sagen, ich will mehr. Ich brauche mehr. Und gleichzeitig ist meine Vermutung, dass dieses Gehen, dieses Loslassen, diesen Stolz ablegen, einen oftmals trotzdem daran hindert. Deswegen ist meine Frage, wenn Jesus dich an die Hand nehmen darf, bist du bereit, deinen Stolz und deine Angst abzulegen? Ich möchte dich jetzt fragen, bezüglich dieser drei Taufen, ob du dich taufen lassen möchtest oder ob du schon getauft bist. Ich frage dich, hast du in deinem Leben einmal gesagt, ich glaube an Jesus Christus. Ich glaube, dass er für mich gestorben ist, für all das, was ich verbockt habe. Ich glaube, dass ich Jesus brauche, dass er das tun musste, damit ich in Ewigkeit mit Gott leben kann, weil ich nicht gut genug bin. Hast du einmal dich dafür entschieden? Ich bitte jetzt, mach doch die Augen kurz zu und guck nicht, was dein Nachbar macht. Und wenn du dich heute dafür entscheiden möchtest, für ein Leben mit Jesus, dann heb doch deine eine Hand. Zeig dadurch, ja, Jesus, ich möchte. Ja. Cool. Dann bete ich für dich jetzt, dass der Geist Gottes dich jetzt tauft in Jesus. Heiliger Geist, Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du die Personen jetzt in den Leib von Jesus Christus taufst, dass du ihnen die Gewissheit gibst, ich bin mit Jesus ein Kind von Gott. Heiliger Geist, gib du diese Gewissheit, dass diese Person ein Kind von Gott ist, dass diese Person sagen kann, aber lieber, lieber, lieber Papa, ab heute kenne ich dich, ab heute weiß ich, ich bin ein Kind von dir. Ja. Diese Heilsgewissheit ist ein Zeichen davon, dass du Christ bist. Wenn du diese Heilsgewissheit nicht hast, könnte das der Grund sein, weil du dich noch nie für ein Leben wirklich mit Jesus entschieden hast. Jetzt frage ich dich, bist du getauft worden in Wasser? Hast du das in der unsichtbaren Welt einmal bekannt? Mein altes Leben ist ersoffen. Ich gehöre jetzt Gott. Wenn du das noch nicht getan hast, Ende April haben wir die nächste Taufe. Meld dich an auf der Homepage. Jetzt komme ich zu unserem dritten Punkt. Jesus hat gesagt, wartet, bis ihr mit der Kraft erfüllt seid, um ein Zeugnis zu sein für mich. Wenn du noch nie dafür gebetet hast, für diese Taufe, die Jesus macht, für diese Kraft der Gegenwart des Heiligen Geistes, dann entscheide dich doch heute dafür, öffne dich dafür. Und wie schön wäre das, wenn wir das alle tun würden, wenn du diese Geistestaufe noch nie erlebt hast. Wenn heute dieser Tag ist, wo wir als Kirche sagen würden, wir stellen uns dir zur Verfügung. Gott, damit dieser Traum, den du hast mit unserer Kirche, heute ein großer Teil mehr Realität wird. Wenn du das möchtest, dann steh doch auf. Geh den ersten aktiven Schritt und streck deine Hand aus zu Jesus und sage, Jesus, nimm mich an die Hand und taufe mich mit Kraft des Heiligen Geistes. Trau dich aufzustehen. Es ist Jesus, der dich an die Hand nimmt. Super. Aufstehen heißt, hier bin ich. Ich lege ab meinen Stolz, meine Angst. Ich möchte das erleben. was du für mich verheißen hast. Ich möchte mehr in diesen Segensfluss reinkommen, dass ich das Leben anderer Menschen verändere. Ich möchte dich segnen. Jesus, du bist es, der uns an die Hand nimmt. Du bist es, der nur Liebe, nur Liebe in sich hat. Du bist die Liebe in Person. Du bist Gott. ich segne dich und ich segne dich mit der Kraft des Heiligen Geistes, um ein Zeugnis zu sein in deiner Familie, unter deinen Freunden. Ich segne dich mit der heilenden Kraft, mit Hoffnung und Freude mit der Auferstehungskraft, um Menschen aus der Gewalt des Satans zu befreien, um ihnen Hoffnung zu geben, um ihnen Hoffnung zu bringen. Ich segne dich mit der Kraft des Heiligen Geistes. Du wirst den Geist Gottes mehr erleben. Du wirst je nach Situation mehr Gaben bekommen. Du wirst prophetisch hören können, was Gott vorhat. Du wirst erfüllt sein mit mehr Weisheit und Verstand zum Wohle der Menschen um dich herum. Du bist ein Zeugnis mit den Fähigkeiten, mit den Gaben, die der Geist Gottes in dich reingelegt hat. Er wird auch deine natürlichen Fähigkeiten nutzen, die schon lange in dich angelegt sind. Und er wird dir noch neue Fähigkeiten geben, damit du ein Zeugnis bist, weil nur du das tun kannst, was selbst Jesus nicht tun konnte, zu erzählen, ich bin frei von Angst und Sucht und heute habe ich Mut und Liebe und bin treu. Du wirst ein Zeugnis sein, weil Jesus dich jetzt hier mehr mitnimmt in diesen Prozess auf der Reise tiefer in den Fluss rein, mehr mit der Kraft des Heiligen Geistes. Dort, wo heute noch lebloses Leben ist, wird Leben entstehen durch dich. Durch dich. Glaube an dieses Versprechen von Gott. Und ich spreche auch den Segen aus über uns als ganze Kirche jetzt. Ich glaube, dass wir heute einen großen Schritt weiterkommen in dem, was Gott mit uns vorhat, was er sich von Anfang an überlegt hat, warum er diese Kirche in Freiburg haben wollte. Gebe uns mehr in deine Hand, Jesus. Rüste du uns als Kirche jetzt aus mit dem, was du für uns verheißen hast. Mit mehr Kraft, damit wir ein Zeugnis sind in unserer Stadt, in unseren Familien, in unserem Arbeitsplatz. Amen. Amen. Du kannst auch noch für dich beten lassen, dir die Hand auflegen lassen. Hier rechts und links in den Gängen sind noch Menschen aus unserem Gebetsteam. Geh einen Schritt aktiv und mutig weiter. Gebetsteam. 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 Gebetsteam.